Jetzt schauen wir uns mal den Teamvergleich in puncto Ecken an. Spielt er den Ball in den Strafraum? Nicht präzise genug, der Verteidiger ist dazwischen. Und nun ein Schuss, da macht er ihn rein. Der Torwart war von Anfang an heute unsicher und jetzt auch in dieser Szene, Buschi. Ja, die Mannschaft braucht ihn in Topform, die kann er heute bisher zumindest nicht abrufen. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschlitzt.